Stimmt, jetzt ist sie voll. Jetzt ist sie schlachtartig voll. Der Kreis ist ja wieder ein Träumchen. Lass mal gucken, was haben wir denn da? Und jemand hat schon gepinkt hier bei Lamba. Keine Ahnung, wo tut das? Ja, Lamba ist so scheiße. Du warst das nicht. Was ist denn hier? Stadion. Ja, da ist gut. Hey, das nehme ich. Das nehme ich, sagt er auch. Chris, Chris9827, der hat wieder eine Zahl in seinem Namen. Das sind ja immer deine Favoriten. Ich habe auch gerade im Moment daran gedacht, dass er gesehen ist, dass er das. Aber der weiß, Chris. Show me what you got. Haude. Haude, du. Leck mich am Arsch mal wieder hier. Hier ist so wunderschön, die Aussicht über Meldansk. Also wer Meldansk macht, würde ich auch mal Urlaub machen. Ja, auf jeden Fall. Schöne Gegend. Der Krieg herrscht. Aber komisch, warum der Fluss hier in meiner Mitte zugefroren ist und ringsrum. Na gut, da oben ist Schnee. Aber hier unten ist irgendwie gar kein Schnee. Hier fliegt doch irgendjemand neben mir hier. Wer fliegt da auf jeden Fall auch, wenn mal der Bastel. Aber da unten sind schon so viele Leute hier landet. Wir müssen irgendwo anders landen. Na gut, dann lass mich abbrechen. Aber wo? Da hinten. In dem Lagerhaus. Aber die Lagerhäuser sind immer scheiße. Ja, ich weiß. Aber da unten ist jetzt richtig kacke. Hast du gesehen, wie viele da sind? Da sind wir jetzt richtig kacke. Ich lande in den kleinen Vorhütten hier. Ich hätte natürlich mal auf dem Dach landen können hier. Na, haude. Na, haude. Nochmal. No. Vergesst nicht. Oh, wir sind hier keine Kisten drin, ey. Du bist in der Lagerhalle, ja? Ja. Sieht so aus, ne? Er ist tot. Na, er war ja klar. Gut. Ich gehe hier mal in die Halle rein. Mach. Dein Teammitglied hat den Gulag betreten. Ein Überleben erlaubt... Das kann man aber schon fast sagen. So 50% sterben. Unser dritter Team-Mate. Mal am Anfang gleich, ne? Das kann man fast schon... Ja, ja. Ja, doch. Also, gefühlt... Hier ist eine schallgedämpfte AK. Eine schallgedämpfte Uzi gerade. Äh, ein Schallstützungsgewehr, meine ich natürlich. Du bist da. Du bist ja ja ein Zweitekt. Eigentlich war das ja nicht soweit. Nö. Nö. Warte mal, muss ich mal ein bisschen leiser machen. Jetzt haben sie das ganze Design wieder geändert, hier war. Alles überlaufen, ich war auch auf Worte, ohne das anzukümmeln. Man lauft hier lang. Das Xbox-Design, das nervte ja. Früher konnte man das immer blitzschnell reinstellen. Dass man das Spiel lauter machen will. Das nervte ja. Achtung, dein Team-Mitglied wurde besiegt und ist zurück zur Basis unterwegs. Trophy-System, habe ich auch. Ich habe auch schon für Astro, der nämlich was anderes nicht. Da nämlich die mobile Deckung. Ne, aber wisst du, wie ich jetzt die Party hier leiser machen kann? Übers Xbox-Menü. Ach, hier bei Audio, oder was? Warum müssen... Ja, ich habe es schon gefunden. Ja, genau da. Sie sind immer alle paar Monate ändern müssen, da gewöhnt man sich daran und dann muss das wieder geändert werden. Oh, auf dem Dach ist noch eine Kiste, wa? Ja, kann nur auf dem Dach sein, wa? Ich habe halt noch nicht viel Geld, wa? Oh, hier landet einer. Und das ist nicht unser Team-Mate. Der ist hier auf dem Dach. Ja, der ist auf dem Dach drauf. Ja, der ist ganz oben. Kommt auch nicht aufs Dach rauf, ne? Nur über den Feldschirm. Ja. Für sie auch. Hier drüben ist ein Gegner. Nimm der Hütte. Könnt ihr mal zu eben der Lupen laufen und einen Auftrag rauf sammeln. Wenn wir auf jeden Fall ein bisschen Kohle rum, hier, was hältst du davon? Jo, ist eine gute Idee. Ist ja gleich hier. Vorratskiste gefunden. Position sichern. Ich rufe gleich in die Richtung, ja. Hm. Oh, hier ist schon viel Geld. Da hast du natürlich auch gerade nur Sekunde gesehen. Klar. Die fisch genau in der Sekunde hält sich. Hm. Hm. Ich gehe mal unten rein. Ja, die ist auch unten in die Kiste. Ach so. Schlaffschützengewehr. Kannst du dir nehmen, wenn du willst? Krap, schon eins. Ja, dann schweiß ich das nicht. Ich muss das nehmen. So, eine Kiste nochmal. Da ist jemand. Hier draußen? Ja. Okay. 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 Ich höre nichts. Ich gehe mal hier aus in die Treppe hoch. Warte mal. Ich höre Schritte. Rechts von mir, glaube ich. Nein, warte, bevor der Tür die nicht aufmacht. Der ist genau über dir. Scheiße. Dein Teammitglied hat den KULAK betreten. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Okay. Du bist jetzt im KULAK. Kämpfe um erneut ein... Du wartest nur, bis du an der Reihe bist. Der Kampf geht los. Mach dich bereit. Du bist als nächstes Mann. So, warte mal. Ich sehe ihn nicht. Hinten. Ganz hinten rechts. In seiner Base. Ganz hinten rechts. Jetzt kommt er in der Mitte. Hinten. Wieder rechts. Mitte. Mitte. Links. Links. Hinten. Links. Hinten. Mitte. Jetzt in der Mitte. In der Mitte von der Map. Was? Den habe ich doch wohl nur ausgetroffen. Shit. Shit. Hinten auf deine Schultern. Beende die Mission. Wenn du hier gewinnst, geht es zurück an die Front. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Schalte sie aus oder nimm das Ziel ein. Boah, okay. Voll übelst du den Kopf wie schoss, Alter. Ja, wirklich, Alter. Voll die Dämpfe. Ausrüstungslieferung. Ich kann sogar noch die Plünderung machen. Achso, nee, erstmal zur... Oh, die Ausrüstungslieferung ist ja günstig. Warte mal, ich gucke mal, wo es denn nur nachfällig hingehen kann. Für dich kannst du nur direkt eigentlich zurückgehen. Hierhin. In die Base wieder, da? Ach, da, wo dein Bobbel... ... den Gegner schon mal angezeigt? Okay. Ja. Da unten läuft auch innerlich, ich sehe ihn schon. Naja, egal, die wollen wahrscheinlich zur Ausrüstung. Ich versuche es jetzt einfach mal. Mann. Ich werde erstmal in den Hügel hier hochrennen und... Nehme mir, glaube ich, den Truck und dann ist eine Lupe. Die Lupe ist da genau, wo wir alle Trophäen sind. Naja, scheiße, ich nehme mir eine neue. Ich warte, bis der Auftrag abgelaufen ist, glaube ich. Ich loote ein paar Kisten hier irgendwo. Kannst ja mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Oh nein, hier geht... ... geht es nicht woanders lang hier irgendwo. Gerade ist gut. Das ist ja jetzt hier unten, ne? Ah, da ist diese Scheiß... ... da ist diese Felswand da unten. So, ich fahre mal hier oben raus, ne? Na. Da unten ist ein Quad. Ah. Fährst du denn auch drauf zu? Er fährt... Steig aus, knallt ab. Ne, jetzt fahr weiter. Fahr weiter. Ne, ne, fahr weiter. Okay. Nein. Ich bin jetzt ausgestiegen. Oh, ich wurde beschossen. Oh, boah. Warst du knapp? Oh, warst du mit ihm los? Ich schießt ja durch. Hau ab. Ne. Hä? Ah, ich bin gar nicht getroffen. Alles klar. Wir haben verloren, aber bei diesem Mal kehrt wir Starter zurück. Was ist denn passiert? Ach, Platz 29 sogar noch. Ich bin hier besser, als ich gedacht hätte jetzt. Hallo, du bist eine dumme Sauer. Guck mal. Na, egal. Weiter. Weiter geht's. Weiter, immer weiter. Weiter, immer weiter. Oh, ich muss einen Auftrag starten im Bereich Downtown Taworsk. Downtown. Und alles umgeworfen. Du? Du? Ich, ne, ich hab nur mein Glas aufgefüllt wieder. Willst du klart? Ich bin so ein Drei-Tages-Wochen-Ende, könnte es immer sein. Ja, ich hab Dienstag noch frei genommen. Wann hast du wieder frei? Dienstag. Ah, ja. Dienstag, ja. Lässig. Ja, konnte ich nicht widerstehen. Du hast die Verführung getan. Da kannst du ja noch mal richtig vorgelegt. Dann müssen wir jetzt auch wieder ans Büro. Oh, ne. Das ist ja voll da. Das ist ja der Mensch. Montag. Montag und Dienstag. Oh Gott. Ja, du mit deinem C4, du dumme Nutten-Sau. Bin ich aber gut abgegangen mit dem Sniper hier. Snoop 3 oder 4 Kills sogar. Zwei davon, die sich nicht bewegt haben, okay. Ja, gut. Die anderen, die sie fänden sind. Ja, die sind wert. Achso, ne. Nee, aber wann sieht's denn heute? Dann ist es reisenlos, ey. Wie geht das denn mal an, du? Downtown. Nee, geht nicht. Ja, geht schon. Aber ist halt sehr knapp. Aber schon ist, ne? Und dann ist die Einflugsschneise auch noch so. Was ist denn mit Dam? Oder hier oben mal an dem Damm. Aber guck mal, wie weit wir weg sind. Guck mal, wie weit wir da fliegen müssen, Robert. Ja, aber wenn wir hier hinten erstmal sind, dann geht's doch. Ja, aber zumindest erstmal unsere Ruhe da. Ja, irgendwie. Na, also du willst hier landen. Naja, gut. Aber wenn wir da jetzt sterben, dann bist du schuld an einem. Ja, jetzt schon. So. Ja, komm, wir landen da in dem Damm, Mann. Na, ey, jetzt bin ich doch schon ausgestiegen. Ich bin doch schon da. So, fliegst du zum Damm. Du fliegst jetzt zu dem Damm, ja? Ja. Schaffe ich nie im Leben, bis dahin. Nee. Nee. Ich bin da nicht dran. Ich bin da nicht dran. Nee, auch dann nicht. Ich bin da 1300, ich bin schon fast unten. Ja, aber ich probier's, ja? Die Hütten vor dem Damm, vielleicht. Ich seh' dich überhaupt nicht. Verdammt. Was ist denn hier? Ja, da wollte ich auch gerade den Bobbel setzen. Echt? Voll krass. Also, bei dem Haus daneben wollte ich den setzen. Bei dem Kopfgeldauftrag, da. Ich werd mich mal ein bisschen runterstürzen. Da ist ein Polizeirevier, das ist geil. Das ist geil. Halt-sichtig. Oh, Mann. Du, unser Teammate denkt auch schon wieder, wir sind total behindert. Ja, muss ich halt. Setzt mal da einen Bobbel, dann Bobbeln wir wieder um. Oh nein, neben mir fliegt einer. Irgendwo neben mir ist einer hier. Dein Primärziel ist, dass sie alle zu töten. Wo soll der sein? Was ist hier noch im Grunde? Da hinten ist eine Waffe. Der Jäger, der neben dir geflogen ist die ganze Zeit. Du weißt nicht. Naja, anscheinend ist er woanders gelandet. Ich hab ja nicht gesagt, dass er hier landet. Ich hab nur gehört. Ich hab's hier immer Munition. Danke. Na mal auf, die Scheiße. Oh, okay. Wohl so, der. Okay, ist ein Veränder. Na ja, noch nicht, noch nicht so richtig. Der ist ja nicht groß. Aber er ist ja nicht weg. Na, du hast hier umschuldigung. Ich geh da hinten in die Hütte rein. Perfekt. Ah, okay. Haben wir da gut gemacht. Wüsste. Ist okay. Hast du den getötet, ja? Okay, den getötet. Ja, ja, ja. Genau. Hast du? Du hast es ja. Ich hab so einen 1000 Meter Snipe. Oh, die erste. Okay, ja, dachte ich mir schon. Oh, halt jetzt eine Chance. Ich bin in Bewegung. Oh, ich nehme den Toaster hinter. Aber ich glaube, er versucht uns nachzukommen. Oh, äh. Inaya44. Der hat auch schon wieder eine Zahl in seinem Namen. Eigentlich wolltest du ja in die andere Hütte hier. Hast du, Entschuldigung, dass ich davon abweise? No. Im Protokoll. So, ich bin jetzt in ihrem Haus, ja? Da bin ich hier nur heute, Robert. Großartig. Großartig. Was für ein Pfund. Also, wir sehen es irgendwie momentan auch zumindest aus. Geld ist überhaupt nicht da. Nee, Geld ist hier nicht viel. Ah, ich sag mal ein... Puffotter. Aber hier oben ist ganz gemütlich eng. Oh, da oben auch schießen sind wir hier. Ja, wo man Boppel ist, wurde geschossen. Ah, er ist nachgekommen, er ist tatsächlich da. Ich, ich hab Platten, wenn du noch brauchst. Ich hab fünf Stück. Oh, das ist so. Jetzt weiß ich, wie's plattentechnisch aussieht hier bei dir. Hab gar keiner. Dann komm mal schnell hierhin. Perfekt. Okay, ja, wo jetzt sind wir, ne? Jetzt haben wir. Schiebt sich wahrscheinlich auch Richtung Military Base. Wir könnten hier hin. Unterwegs. Und dazu, dafür das Auto nehmen. Und jetzt noch von... Ich hab ja noch Trophy... Ach, nee, das war die Runde davor, habe ich nicht. Der Auto ist okay. Nee, was wolltest du machen jetzt? Das Auto jetzt hier. Hm. Und tun zum grünen Boppel. Dann macht er eh sein eigenes Ding. Gut. Oh, und. Rats-Rats ist er tot. Also hier unten sind Gegner. Da, wo er gestorben ist. Lass mal aussteigen hier. Scheiben, Scheiben sind kaputt hier. Vorsicht. Careful. Oh, alles leer gelootet. Hm. Ist nix mehr zu holen hier. Aber gut. Na, hier ist ein Teammitglied wird wieder eingesetzt. Bereithalten. Oh, sehr schön. Tja, wir brauchen entweder... Loot, also wir brauchen entweder Jäger, die wir töten und looten, Geld und so weiter, oder wir müssen halt jetzt irgendwie Geld finden. Oder wir warten auf eine Ausrüstungslieferung. Irgendwann kommt sie. Ja. Und so schnell. Mal, wie gucke ich eigentlich nochmal auf meine Uhr jetzt? Jetzt habe ich da so eine coole Uhr hier. Nach oben gedrückt halt, musst du bei mir. Und dann kannst du mit dem Rädchen da ausgehen. Ah. 8 Uhr 25. Oh, ja. Jetzt sind wir 300 Euro für eine Gasmaske gegeben. Dann kann ich mir jetzt eine holen. 300 Euro, ja. Gebe ich dir. Ja, einen Dollar. Und so brauchst du ein Kilo, danke. Sonst sind wir noch gut drin, oder? Naja, ich glaube, wir müssen früher oder später noch ein bisschen nach Osten. Ja. Und man sieht uns halt, oder? Herzschlag oder andere. Wir sind halt nicht geschützt. Großartig. Da hinten kommt ein Auto. Da hinten eine Auto. Soll ich kommen. Soll ich kommen. Wie die Ausrüstungslieferung kommt. 173 Meter könnte man mit Auto hin. Aber das ist hier. Ja, nochmal. Dann sterbe ich eh wieder. Aber machen wir trotzdem. Obwohl nicht schon weh ist, dass ich sterbe. Er läuft hin. Ach ne, er fliegt direkt dahin. Okay. Warte mal, warte mal, ob er abgeknallt wird. Ne, sieht gut aus. Gut aus. Da müssen wir aber so raus. Ich fahre mit Auto ran. Ne. Alles klar. Das war schon mal schön und ab ins Auto. Und du, da geht es mal irgendwie. Wollen wir in das Haus mal? Bin unterwegs. Mit Auto? Ne, ohne Auto. Das ist schon mal dastehen. 2,50 Meter. Das ist ja echt. Hier war auch noch keiner drinnen. Hier hat noch keiner gelootet. Warte mal, zweite Etage. Hier war wunderbar. Ach so, er hat ja seine Ausrüstung. Oh, 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 oh. Warte, 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 warte. Ja, aber er ist tot. Ja, wir haben einen Geist. Alles gut. Der Herzschlag-Sensor geht raus. Sagt nix. Da links am Auto. Warte mal, ich setze mal Claymos. Das Gas nähert sich dir. Ach da, ja, ich seh. Bin unterwegs. Ja, der sieht natürlich meinen Laser, ne? Der ist aber alleine, ne? Ne, da ist nur ein zweiter, die sind nur so zwei Leute. Ich hab' ihn geschossen. Nein, hinter ist nur einer. Ich bin getroffen. Ah, ich bin, obwohl er hat mich direkt weggesnipert. Kannst du mich wiederbeleben? Eine Panzerung, alles weg mit einem Schuss. Obwohl ich schon, aber kann nur meine Schulter getroffen haben. Ich war schon hinter der Ecke da. Okay. Der, also der Sniper, der ist ein Arschloch. Gut. Platten anlegen. Gut. Warte mal, jetzt fahren sie mit dem Auto. Alter. Wo? Ah, das war der C4, okay. Ah, okay. Ich bin tot. Er kommt die Treppe hoch. Er kommt da. Ach, Mann. Voll, voll die Profis, okay. Voll übertrieben, ne. Ich seh's halt auch nicht, ne. Ich seh die Köpfe einfach nicht, wenn die um die Ecke irgendwo da. Ne. Ne, ich seh dann immer erst die Schusssalven. Ne, ich wusste ja, dass er die Treppe hochkommt. Das ist ja das Schlimme. Wenn du hier gewinnst, du solltest du nicht. Kilo. Ich bin dran. Du bist dran, ne. Zeig diesem Mistkerl, wo der Hammer hängt. Du bist dran. Cool. Kann ich mir die Christen von der Abwesen gewesen? Ich hab da nur gesagt, ich bin dran. Echt? Ja, ja. Nein, David. Also ich bin aber auch ein dummes Schweineschnitzel, ey. So was behindert ist. Scheiße, Mann. Hier, hol uns den Sieg. Musst du jetzt alleine hol uns den Sieg. Ja. Siehst du einen Auftrag? Mit einer Lupe? Ich seh hier nämlich keinen Lupenauftrag mehr. Ja. Hier ist noch ein Sicherungsauftrag. Mhm. Das war's. Gut. Na dann dahin. Handy zählt er jetzt erst mal. Ja, und läuft, ja. Ja, und läuft, ja. Egal. Ja, das war irgendwie wieder scheiße, wie wir jetzt hier gewesen. Ja, ist auch nicht. Das ist halt nicht unser bester Tag. Aber hauptsache war trotzdem Spaß. Na ja, auf Hölten Dritter gewonnen. Ja, klar, aber danach denn, ja, natürlich Dritter, um Gottes willen. Ich möchte es nicht schmälern. Aber hier ist ja gar nichts. Okay, ich geh doch jetzt nicht mit der Pistole dahin. Hier ist nix. Na, na gut. Dann geh mal mit der Pistole jetzt dahin. Und sichern dich mit der Pistole. Das war's, verheizt sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Robert, dein Skill ist, ich kann das ja nicht in dem Auto fassen. Du bräuchst das Kind, ich meine Pistole. Hier würde ein Messer reichen. Ein Messer und, na ja, die Rüstungsplatte jetzt hättest du nicht anlegen müssen, das macht man halt aus dem Effekt. Aber. Ja, manchmal macht man es dann halt aus Gewohnheit. Ja. Weil es mal noch schlecht war. Guck mal, ob Anze platten braucht das. Geld habe ich nicht. Geil, ich muss ja auch gleich weiter. Na ja, nur noch 47 Gegner. Allt gut. Nur 19 Teams, da hinten ist ein Heli. Versuch das Ding zu sichern. Muss ich ja machen. Den Plan war Heli, ich soll eine Leuchtfackel hoch. Ach, guck mal. Gut, ich wechsel meine Richtung. Ich hab gerade auf den Tisch geguckt. Was waren da? Ich werd gejagt. Deswegen werd ich jetzt ein Heli nehmen und versuchen erstmal irgendwo... Weil die Wände sich halt nicht in ein... Na ja, genau. Deswegen, das bringt da nichts. Na, mach mal. Oh, noch 54. Gibt's coolen Ping hier irgendwo, wo man hin könnte. Nur noch Crary, na geil. Keine Hochhäuser, nischt. Nee, hier ist ja auch nischt. Ja, oder Wald. Oder in den Wald rein hier am Kartenrand. Oder hier. Wo der grüne Boppel ist. Der müsste der Mann Boppel sein. Wie geht denn das? Ich weiß nicht, wie ich das abwenden kann. Keine Ahnung. Was denn? Ach so, steht doch da unten. Die Rakete abwenden oder so weiter. Nee, stand nicht da. Nee? Nee, stand nicht da. Deswegen... Naja, die warten ja auch am Rand oder was. Hm, da hinten. Oh, ist ja nicht mal ein Schalldämpfer. Auf der war feste Scheiße. Nee, deswegen... Nee, kann er jetzt nur verstecken hier. Nein, war auf jeden Fall. Ja, die Idee haben viele sich am Kartenrand. Also... Aber gut. An guten Tagen haben wir ja auch wenig Probleme damit. Aber nur die drei Tage wie heute läuft es halt nicht so. Sonst hättest du die alle drei schon zweimal getötet. Ah, das läuft schon noch... Ah, das läuft schon noch. Pass mal auf. Ich hole hier auf jeden Fall noch Top Ten raus. Oh, da hinten. Oh, da hinten. Das Zeug jetzt... Okay, der rennt da hinten weiter. Ah, sehr gut. Oh Gott, da hinten. Na, da sind sie. Feind! Ich hab Arsch, ey. Oh, mein David, ey. Ja, das ist... Mach den besten raus, Robert. Ja, da musst du jetzt durch. Dann müssten wir alle durch. Guck mal, 1000 Dollar hab ich schon. Ja, ich bin zuversichtlich, dass du mich nah holst. Ja, die sind halt auch zu zweit am Kartenrand. Ich seh den Links auch noch da wuseln. Da kann ich nicht lang. Wenn ich jetzt hier langgehe, über diese Schneise, bin ich tot. Geradeaus meinst du quasi, ja? Ja. Ja, dann bleiben wir erstmal hier liegen, ja. Siehst du den da? Ja, da. Der rechts auch. Der rechts auch. Es sind sogar drei. Ja, mach mal. Also, lass mal. Genau. Dass du dein Zielwarte machen könntest, wenn wir halt abgehauen sind. Nee, der hat mich gesehen, ne? Ja. Oder? Alter, der hat mich gesehen, glaub ich. Oder? Nee. Nee. Ah, der hat mich so lange angeguckt. Ja, ja. Ja, ja, ich muss doch jetzt überlegen. Ey, der schießt gleich auf mich, ich sag's dir. Ja. Ja, ich sag's doch. Ich hab's dir doch gesagt. Alter, dich aus. Hinter die Dinge, hinter die Dinge, ein bisschen springen zwischendurch. Nee, die werden mich jetzt jagen. Aber die wollen ja am Kartenrand bleiben. Das ist mit dem Kartenrand jetzt, während du weggrennst, oder? Hinter dem Stein. Ja. Hier ist ein Truck hier unten. Da hinten, geradezu laufen welche, geradezu drei Leute. Oh Gott. Ja, bleib hier. Guck mal nach links, ob die von links kommen. Ja, die anderen, die dich halt ein bisschen weiter nach links müssen. Ja, würd ich ja gerne. Oh, die sind hier. Oh Gott, ich will ihn. Scheiße. Oh Gott, ey. Aber fast, ey. Platz 12. Naja, die haben mich schon gesehen, ey. Naja, Platz 12. Naja, Platz 12 geht ja schon mal. Nicht gut gezielt. Also die alte hier, die hätte ich. Naja. Hätte, hätte Fahrradkette. Wäre, wäre Fahrradkette. Ja, aber ein Abschuss sogar. Abschiss. Raus ist der. Raus. Wir spielen jetzt mal ohne Dritten. Die nächste Runde. Naja, klar, Chef. Und voll bestemmend. Das ist doch schon wieder scheiße mit denen. Entweder sterben sie am Anfang oder machen ihr Ding da unten. Dann ist denen sowieso eine Theale. Hast du dieses neue Gameplay angeguckt von Last of Us 2? Ne, nur ganz wenige Sekunden. Ja, ich auch. Genau, ich habe auch extra nicht weiter geguckt. Aber alter Falter, wenn du da dann schon wieder siehst, das ist ja auch schon krass, ey. Aber ich freue mich nicht, wenn Naughty Dog dann für die neue Konsole, für die PS5, was macht Fint? Fint, Fint, Fint. Na, wo ich jetzt komme, nennt man es Fint. Fint. Ich finde es. Ja. Ne, aber vielleicht gibt es ja auch noch einen Dritten Last of Us. Keine Ahnung, wie die Story aussieht. Ne, nochmal gucken. Ja, selbst wenn nicht, die werden sich schon irgendein cooles neues Dings-Franchise einfallen lassen. Ja. Vielleicht gibt es ja auch noch mal einen Uncharted-Ableger. Oder halt mal was ganz anderes. Oder was ganz Neues, oder? Hike, jetzt eigentlich ausgeschaltet, dass wir zu dritt sind, oder Hike, das... Das kann ich dir nicht sagen. Na, wir werden ja gleich sehen. Aber egal, wir haben einmal gewonnen, äh, hier, Ohrsohne, das reicht. Mehr brauchen wir eigentlich nicht mehr, wir haben keinen Druck. Ne. Nur mit Erik vielleicht nochmal einen Windchen gewinnen. Das wäre nochmal so die Krönung. Das wäre nochmal das andere Haltfeld. Ach du Scheiß, was ist denn das denn, ey? Das wäre nochmal die Kirsche. Nur ein bisschen schwul. Aha.